So, und während die Dingen schlafen, werden wir uns mal ein bisschen zur Coffee-Cup-Familie mal transportieren. Hey, die haben schon ordentlich Kohle. Und ja, nee, das war glaube ich noch vom Hauskauf, ist das übrig. Egal, wir werden jetzt mal zu diesem Haushalt wechseln. Wünsche und Versprechen werden gelöscht. Ja, ja, das ist ja nicht so tragisch. Ich möchte eine Stadt speichern, habe ich schon gespeichert. Ich möchte einfach nur fortfahren. Oh, die sind auch gerade... Am schlafen gehen? So, dann schicken wir die mal auch schlafen. Bovo, hier schlafen. Dann unsere Chantal, die schläft natürlich da oben. Der Jürgen schläft hier. Und Yamimbi schläft hier. So, dann alle mal ins Bett und schlafen. Schlafen. Es ist eh schon spät. Dann können alle mal schlafen gehen. Und dann verbringen wir mal den Tag. Bei der Familie Coffee Cup. Beziehungsweise bei Chantals Familie. So, ja, Kopfkissen noch richten. Und, äh, pennen. So, was haben wir denn hier? Fähigkeit Malerei lernen. Komm, da können wir ja mal... Die schlafen mal in Echtzeit. Und wir können dabei mal, äh, die ganzen Familienwünsche hier mal durchgehen. Ein Objekt kaufen. Kostümtrue, alter. Fähigkeit Athletik lernen. Brauchen wir auch kein Schwein. Gesetzeshüterkarriere. Äh. Also für mich ist das eher mehr so ein Bürohengst. Such dir einen Bürojob. Haben die eine Zeitung? Nee, die haben keine Zeitung. Hier gibt's keine Zeitung. Okay. Ja, Mimbi. Gastronomiekarriere. Nee, das Hausfrau vom Beruf. Bobo Coffee Cup. In der Kunstschule anmelden. Äh, damit sein... Was? Damit ein Kind sein Potenzial voll ausschöpfen kann, braucht es eine Umgebung, die seinen besonderen Bedürfnissen entspricht. Das wäre dann eher, glaube ich, die Sonderschule. Oder so. Dein Sim möchte am Telefon oder Computer ein Kind in einem ganz bestimmten Internat an. Nee, komm, das kann man doch nicht tun. Und sagt, Kind wegschick. Und die Fähigkeit Malerei lernen. Klassische fernöstliche Mahnerei. Warum nicht? Das können wir ja gerne tun. Noch ein Internat. Nein. Einen Kurs belegen. Nein. Mal so mal ein bisschen. Sieh, was hat sie denn? Teilzeitjob. Nee, ach komm. Fähigkeit Logik lernen. Nee, mach auch mal nicht. Geh mal zur Schule. Danach kannst du... Fähigkeit Angeln lernen. Nein. Gibt's nicht. Gibt's nix. Oh, der kleine... Stinker muss gleich mal. Nur eventuell geht was daneben, aber egal. Dann stinkt's halt. Stinkt eh nur zu Chantal rauf. Schauen wir mal, was er macht, wenn's zu dringend wird. Und wie üblich, ich spule nicht vor, außer natürlich beim Schlafen. Da da sowieso nix passiert. Na komm, gleich geht's daneben. Hier, da ist schon dringend. Da ist schon dringend. Gleich geht's daneben. Gleich geht's daneben. Was haben wir denn überhaupt für einen Wochentag? Es ist Montagmorgen. Aufstehen. Erste Romanze erleben. Alter, fängt das schon gut an hier. Fängt ja schon echt gut an. Und sie träumt gerade von den Tieren, die Paul gern essen würde. Wie kein Fahren lernen. Nein. So, hier wird mal... Raus aus den Federn. Schnell zur Küche. Und hier schnell... Müsli. Und dann geht's ab in die Schule. Ferien sind vorbei. Schulzeit beginnt. Bobo geht eigentlich auch schon zur Schule. Ich hab keine Ahnung. Die werden wohl die Eltern hinbringen. So, komm schon Tal. Auf, auf, auf. Schnell. Du musst in die Schule. Du musst in die Schule. Oh, jetzt steht der Kleine auf. Alter, du musst doch mal... Ja, hier. Der ist aber schon stubenrein. Ja, okay. Stubenrein ist er. Das ist schon mal gut. So, Chantal schaufelt sich das Müsli rein. Ja, ich würde aufs Töpfchen gehen. Ja, Mimi. Das wäre eine komische Musik. Oh, nö. Oh, nö. Alter, da spielt schon wieder einer König. Da, komm, er kann mal deinen Bruder. Ja. Mach mal ein bisschen bevormunden. Einfach so. Ah, Freddy Jay, Misa. Du kannst einfach einen Schritt zurück gehen. Funktioniert wohl nicht so recht. Ja, keine Ahnung. Der Schulbus kommt um 8 Uhr. Es ist 7.10 Uhr. Hygiene geht noch. Das geht noch, Alter. Was haben wir denn hier? Gewinne Jürgen als besten Freund. Alter, das ist dein Vater. Den brauchst du nicht als besten Freund gewinnen. Dieses Grundstück reinigen. Was willst du denn reinigen? Von mir aus soll sie reinigen. Was ist sie mein? Ach, die räumt hier zusammen. Die Wäsche holt sie. Ist ja allerliebst. Alter. Ja. 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 Kein Kommentar. Na, das. Angeekelt. Äh. Weil Sim stinkenden Sim begegnet. Das war sicher dein Bruder. Da, komm, jetzt hast du es hier hingeschmissen. Jetzt kannst du es hier auch gleich reinigen. Komm, komm. Nimm's mit. Da ist noch eins. Nimm's mit. Ach, das nimmst du auch gleich mit. Wunderbar. Hier ist auch noch eins. Nimm's mit. Wer stinkt denn hier? Stand doch. Stinkenden Sim begegnet. Keine Ahnung. Ja, Mimbi. Hau mal was auf den Herd. Was macht denn die gerade? Ach, die. Die macht schon. Wunderbar. Muss der Kleine nicht auch in die Schule? Keine Ahnung. Komm, du kannst dich mal da hier deine Alltagskleidung umziehen. Denn jetzt ist der Bus da. Hey, was ist mit dem Kleinen? Der muss doch auch. Ja, Schuhbus. Okay. Setz auf deinen Fahrradhelm und ab. Der lässt natürlich auf Schritt und Tritt alles liegen. So, natürlich klar. So, Herkules. Ab zur Schule. Okay. Jürgen. Ja, ja, ja. Jürgen. Rechnungen bezahlen. Was? 100 Piepen. Ja gut, die haben ja noch ein bisschen Geld. Von dem her, geh mal Rechnungen bezahlen. Dann schauen wir mal. Liegt hier eine Zeitung rum? Zeitung? Zeitung? Liegt hier eine Zeitung rum? Zeitung? Wieso ist hier keine Zeitung? Ich sehe keine Zeitung. Warum ist hier keine Zeitung? Egal. Wir holen uns da hier einen Teller. Da komm, das verräum ich mal. Das kann ich gar nicht verräumen. Flucht. Muss liegen bleiben. So, hier komm. Kannst du dir mal einen Teller nehmen? Ja, ja, aber man muss sagen, die leben schon ein bisschen nobler. Also, ja, ja, ja. Das kann sich durchaus sehen lassen. Und man weiß auch sofort, wen dieser Stuhl gehört. So, was hat denn er? Geschirrspülen. Er will schmutziges Geschirr spülen. Na ja, solange er noch nicht hier. Was? Spieltisch? Nein, kein Spieltisch. Hm. 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 Alter, von hier aus. Nein. Ja, 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 ja. Da, er will dich verliebt umarmen und dann, äh. Was denn? Was denn? Ach, ihr habt schon ein bisschen Probleme hier. Oh, ich kann es denn da. Mach doch hier mal. Verliebt umarmen. Wolltest du doch. Was denn? Hab ich was gemacht? Auslandreisen? Nee. Such dir mal einen Job zuerst. Lass etwas stehlen. Etwas stehlen. Oh. Ich bin weggekauft ein Puppenhaus. Mann. Ich glaube, wir haben hier eine, 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 eine. Diebische Älster. Kann das sein? Oh, ich bin nicht mehr. Oh, Mann. Oh, Mann, Mensch. Oh, Mann, mit einem Geschäftsführer. So. Äh. Wunderbar. Haben wir das auch erledigt. Das kannst du dann auch mal wegstellen, hier. Reste wegstellen. So, du kannst hier eigentlich mal hier reinigen. Alter, so ein faules Stück.